Für viele Bahnreisende wurde die Fahrt heute Morgen am Nikolaustag mit dem ICE zum Erlebnis. Denn der ICE von Frankfurt änderte kurzfristig sein Ziel. Nordpol. Und plötzlich waren sie da. Überall Nikoläuse. Singende Nikoläuse. So wurden zahlreiche Bahnreisende heute Morgen Zeugen des großen Nikolaus-Flashmobs der Deutschen Bahn. Witzig und emotional. Die Stimmung phänomenal. So macht Bahnfahren Spaß. I am dreamin' of a wild Christmas with every Christmas. Jump! Jump! You're doing that, Jump! Give it up to Jump! Woo! 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 Sit and eat! Woo! 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 Woo